So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Die Dezember-News sind schon veröffentlicht worden. Wohl aus Versehen, so früh wurde dann da schnell die Grafik geteilt, hin und her, irgendwas stand da. Normalerweise wäre heute auch Maxout Monday gewesen. Da erlaube ich mir mal, Maxout Tuesday zu machen, morgen. Und heute eben nur die Dezember-News zu bringen. Also, wer sich auf Maxout Monday gefreut hat, freut sich jetzt auf Dienstag. Und wir kümmern uns um die Dezember-News. Wie immer gibt es hier diese kleine, unscheinbare, eigentlich übersichtliche, aber pixliche, komische Grafik auf Englisch, wo ich jetzt versuche, euch rauszulesen, was geht ab im Dezember. Für euch am interessantesten sind ja meistens die Raid-Bosse. Es wurde auch gefragt, Ramses, was denkst du, was kommt so? Ich habe so gesagt, naja, Heatran, Kiyurim könnte ich mir vorstellen. Kiyurim ist auf jeden Fall hier auf dem Bild vertreten. Deswegen mein Tipp für Januar, Heatran, das Neujahrspokémon, was uns immer das Jahr versüßt. Aber Januar ist später, wir sind jetzt erstmal im Dezember. Ich bin eigentlich zufrieden erstmal, weil die ganzen letzten Monate waren Sachen dabei, die ich nicht gebraucht habe, weil ich die schon habe. Oder wo was Neues dabei war, wo man langsam rangeht und ich habe jetzt was zu tun im Dezember. Anders als die meisten von euch habe ich was zu tun. Denn, was sind denn die 5-Sterne-Rates? Fangen wir damit an. Vom 1. Dezember bis zum 8. Dezember, das ist nur eine Woche, wird es also Viridium geben. Wer damals dabei war in einem Livestream, wir haben aus Spaß noch einen Viridium-Rate gemacht, als ich eingeladen wurde, ich habe ein wettergeboostetes, hundertprozentiges Viridium hingestellt bekommen. Ich wusste nicht, dass es ein Hunderter ist. Ich rede so, werfe so nebenbei alles, alles so Glückwunsch, Glückwunsch, richtig genial. Und ich, hä, was Glückwunsch, ich habe es doch noch gar nicht gefangen, ne? Wie ist es ein Hunderter? Dann wollte ich mich anstrengen, es zu fangen und dann ist es geflohen. Viridium ist das einzige aus diesem Dreiergespann zwischen Viridium, Kobalium und Terrakium, was mir als Hunderter fehlt. Ich habe die ganze Zeit nicht exzessiv geradet, das heißt, bei Viridium würde ich versuchen, das Hunderter zu bekommen, endlich mal wieder viele Rates zu machen. Auch wenn das wahrscheinlich wieder eins der schlechtesten Pokémon auf der ganzen Welt ist, fehlt es in meiner Sammlung als Hunderter und ich habe ein Ziel. Also jeder, der Viridium-Rates macht, während Viridium da ist, denkt an mich, ladet mich ein. Die ganze Zeit habe ich Einladungen gemieden, nur bei der Raidmania habe ich Einladungen angenommen. Diesmal, wenn Viridium da ist, werde ich versuchen, möglichst viel zu raiden, um das Hunderter zu bekommen. Kann natürlich auch Shiny sein, vielleicht ist es trotzdem deswegen auch ein Anreiz für ein paar Leute, die das noch nicht als Shiny haben. Dann am 8. Dezember bis zum 15. Dezember auch, also eine Woche, kommt Terrakium. Terrakium, wohl der stärkste von den drei Raid-Bossen, also aus diesem Gespann, habe ich schon als Hunderter auf 50. Für euch ist der aber auch interessant, kann auch natürlich Shiny sein, sieht auf jeden Fall auch gut aus, hat auch eine richtig geniale Attacke noch bekommen letztens, was es sogar stärker als Machomai macht, als Kampfangreifer. Und ansonsten kannst du den auch als Gesteinsangreifer nehmen. Terrakium also eigentlich der krasseste aus der Runde hier von den dreien. 15. Dezember bis 23. Dezember, auch eine Woche, Kobalium. Hier kann ich richtig entspannt rangehen. Kobalium habe ich zwei 100%ige, aber keine XL, weil seitdem es XL gibt, gab es noch kein Kobalium wieder. Also werde ich bei Kobalium meine XL voll machen und das dann auch auf 50 pushen. Am schwierigsten ist also Viridium, da brauche ich noch alles, XL und das Hunderter. Aber Terrakium bin ich komplett fertig. Das, was für euch am nützlichsten ist, hat für mich gar keinen Anreiz. Und Kobalium kann ich entspannt die XL voll machen. Und dann schließt Kyurem noch das Jahr ab vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. Also Kyurem habe ich auch ein 100er. Ich werde natürlich trotzdem bei allen immer Raidmania machen, Raidstunde mich einladen lassen. Aber kann es ja auch eigentlich entspannt angehen, falls ein zweites 100er kommt, wäre es auch natürlich cool. Ihr wisst ja nicht, was ist mit schwarzem Kyurem, mit weißem Kyurem. Kommen die mal in Raids irgendwann oder kriegt man die dann über den Formwandel? Dann bräuchte ich ja auch 300%ige Kyurem, um das alles zu vervollständigen. Was ist euer Lieblings-Raid-Boss? Also bei den Raid-Bossen entweder Terrakium oder Kyurem. Ich glaube nicht, dass jemand Kobalium oder Viridium nimmt. Ich freue mich aber am meisten eigentlich auf Viridium, was auch gleich ab 1. Dezember erscheint. Mega-Raids. Während Viridium da ist, 1. bis 8. Dezember, ist auch gleichzeitig Mega-Rex-Blizzard am Start. Ist auf jeden Fall ein großer, fetter Brocken. Sieht mega genial aus. Wer es noch nicht hat, kann es sich mitnehmen. Gibt es natürlich auch als Shiny. Alle Raid-Bosse gibt es als Shiny. Das ist schon mal eine gute Ansage direkt am Anfang. Also alle im 5er-Raid und auch alle Mega-Raid-Bosse können Shiny sein, die wir hier haben. Ihr habt also Mega-Rex-Blizzard vom 8. Dezember bis zum 15. Dezember. Solange Terrakium da ist, ist dann auch Mega... Boah, hier... Stolos. Mega-Stolos am Start. Ja, Stolos, genau. Mega-Stolos am Start. Ist noch gar nicht so lange her, dass Stolos eingeführt wurde. Ist jetzt schon wieder da. Aber gibt trotzdem welche, die es verpasst haben vielleicht. Und vom 15. Dezember bis zum 1. Januar, also zwei Wochen lang, Mega-Fernondor. Und der ist komplett neu. Da könnt ihr also wieder Mega-Energie sammeln, euch an dem Designer götzen. Und ich brauche dann wieder männlich, weiblich, shiny und lucky als Eintrag sozusagen. Und ja, ob der jetzt was kann, kann ich leider gar nicht sagen. Wie der wirklich aussieht im Spiel, wie groß und fetter ist, wie der sich fangen lässt, werden wir rauskriegen. Es wird natürlich wieder Community-Rates geben, gerade für Mega-Fernondor. Aber auch für die anderen drei Legendären wird es Community-Rates geben. Es ist zwei Wochen Zeit. Der wird natürlich auch wieder auf Level 50 gepusht, das passt. Was mich komplett verwirrt, ist dieser Bereich hier, Research Breaks-Ruhe. Der Feldforschungsdurchbruch. Normalerweise war ein Monat und es gab einen Feldforschungsdurchbruch in dem einen Monat, den ihr viermal bekommen konntet oder mit etwas Glück sogar fünfmal. Hier steht jetzt auf einmal, Research Breaks-Ruhe, Complete-Field-Researchs to unlock Research Breaks-Ruhe encounters with one of the following Pokémon. Also ihr kriegt eine der folgenden Begegnungen. Und dann Starttermin 1. Dezember und endet am 1. März. Zwischen 1. Dezember und 1. März habt ihr also sechs verschiedene Pokémon im Feldforschungsdurchbruch, wo ihr einfach hingewürfelt bekommt, ist es ein Galapandimos, ist es ein Farbigel, ist es ein Kindwurm, ist es ein Kapuno, ist es ein Kaffwaff, Käufwaff oder ist es ein Vis-Visgon. Diese kleine schleimige Schnecke, egal. Galapandimos sehe ich hier. Ist das erste Mal als Shiny verfügbar? Gab es doch bisher nicht, oder? Gab es das als Shiny bisher? Es ist auf jeden Fall alles als Shiny möglich, bis auf die kleine Schnecke. Warum haben sie nicht nur Galapandimos reingemacht und du hast dann jetzt mehr Möglichkeiten, Galapandimos zu kriegen? Und ja, vielleicht gab es ihn auch schon als Shiny. Ich bin mir gerade unsicher. Ich dachte aber eigentlich nicht. Eigentlich dürfte es nur Pandimos als Shiny geben, aber nicht Galapandimos. Aber jetzt eher als Shiny einzuführen, aber mit fünf anderen Pokémon in den Breaksruh reinzupacken, komische Entscheidung, kann ich nicht nachvollziehen. Aber egal, was ist euer Lieblings-Pokémon aus dem Breaksruh, Galapandimos, Farb... Äh, von Farbigel. Heißt ja gar nicht Farbigel, das ist ja hier... Botogel. So, jetzt haben wir's. Galapandimos, Botogel, Kindwurm, Kapuno, Käufwaff oder... Schnecke. Und freut ihr euch auf Fianondo, Mega-Fianondo. Raidstunden sind natürlich, jeder bekommt eine Raidstunde von den 5-Sterne-Raids. Die Spotlight-Hours kann man noch dazu sagen. Am 6. Dezember... Äh... Wuppa! Es ist... Ja, es ist wieder Felino. Felino. Am 6. Dezember Felino mit zweifachen Staub. Fürs Fangen von Pokémon. Am 13. Dezember... Äh... Seemobs mit zweimal Erfahrungspunkte fürs Fangen der Pokémon. Am 20. Dezember... Hier dieses Eisding. Genial. Je besser die Grafik, desto schlechter... Ja, genau. Mit zweimal Fangen... Bom-Boms. Und am 27. Dezember... Pepsneave mit zweimal... Bom-Boms fürs Verschicken der Pokémon. Wie heißt denn jetzt dieses... Dieser... Dieser Eis... Dieser kleine Eisberg... Aktip... Aktip... Aktip? Aktilas dann? Aktip irgendwie sowas... ...muss das gewesen sein. Das Problem, wenn was neu reinkommt. Du fängst es einfach, entwickelst das, bedenst es um, siehst den Namen nie wieder. Ist ja auch nicht so oft da. Was ist eure Lieblingsstunde davon? Pets Nief wird hier nicht als Shiny angezeigt. Warum auch immer. Pets Nief und Arktip nicht als Shiny, aber Felino und Seemobs als Shiny. Pets Nief gibt es doch aber als Shiny. Vielleicht ist es auch vergessen worden. Die können das ja nicht einfach wieder rausnehmen. Und dann gibt es diverse Events. Und da sind jetzt auch noch ein paar Bringer dabei, worauf ich mich auch freue. Weil die Spotlight-Stunden interessieren mich an sich eigentlich alle nicht so. Feldforschungsdurchbruch, musst du eh nehmen, was kommt. Mega-Raid gibt es einen neuen, der wird zweimal geradet und dann bist du damit auch fertig. Ansonsten für mich die 5-Sterne-Rades am interessantesten. Aber was gibt es für Events? Am 3. Dezember steht direkt da, Heading to Hoon Mega-Raid-Day. Von 11 bis 14 Uhr wird es einen Raid-Day geben, einen Mega-Raid-Day. Am 3. Dezember. In der Zeit ist es natürlich Mega-Rex-Blesser. Wird es ein Mega-Rex-Blesser-Raid-Day geben oder kommt da was anderes? Also wenn es Mega-Rex-Blesser ist, könnte man natürlich die 5 Pässe, wenn man die wieder kriegt, machen. Oder 7. Je nachdem, ob es dann wieder 5 zusätzlich oder anders sind. Zusammenspielen macht auf jeden Fall das Spaß. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Dann am 6. Dezember bis zum 11. Dezember Mythic Blade. Von 10 Uhr bis 20 Uhr lokaler Zeit. Ist also dann ein Event, was startet. 10. Dezember Elite-Rades. Elite-Rades auch wieder 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr. Letztens war Hopper da, davor war auch Hopper da, also Hupa. Ob schon wieder Hupa kommt, mit Weihnachtsmütze, wäre ja lustig. Viele freuen sich drauf und sagen, hoffentlich kommt was ganz Neues. Ich denke aber mal, wenn nicht Hupa kommt, kommt vielleicht was, ein anderes Mysteriöses, was wir mal in der Spezialforschung einmalig bekommen haben. Ich glaube nicht, dass da was Neues kommt. Was Neues schließe ich eigentlich aus. 10. Dezember bis 11. Dezember Irgendwas. Kann man nicht lesen. Es ist einfach total verpixelt. Ich kann es auch größer machen. So, wir können das jetzt lesen, was da steht. Ich finde diese Grafiken so dämlich. Ich finde es immer noch schade, dass es diesen Blogpost nicht mehr gibt, wo das einfach schön übersichtlich drin stand. Das war genial, aber das. 17. und 18. Dezember, natürlich der Dezember Community Day, wo es auch noch keine Infos direkt darüber gibt, welche Pokémon an welchem Tag erscheinen, muss ja aber wieder der Best-of sein. Am 15. bis 23. Dezember, Winter Holiday Part 1. 23. Dezember bis 31. Dezember, Winter Holiday Part 2. 24. und 25. Dezember, Winter Wonderland. Und am 24. Dezember außerdem... Hisui, Hisuian, Avaluk Raid Day. Also ein Hisui, was ist Avaluk? Avaluk können wir jetzt aber mal googeln. Avaluk. Achso. Aktilas, genau. Ein Raid Day mit einem Hisui Aktilas. Also von Arctip die Weiterentwicklung, aber in der Hisui-Form. Hisui, Aktilas, Raid Day. Das ist auf jeden Fall neu. Aus bekannten Raid Days wissen wir, dass es eigentlich dann auch direkt als Shiny eingeführt wird. Also am 24. Dezember ein Raid Day mit Hisui Aktilas. Auch nett. Freie Pässe. Richtig krass erhöhte Shiny-Chance. Gutes Pokémon, was dazu passt. Ist vielleicht natürlich am 24. ein bisschen ungünstig gewählt. Von 14 bis 17 Uhr. Hallo. Es gibt Leute, die sind da vielleicht bei der Familie. Und dann kommt der Ramses und sagt, hey, ich muss aber erst mal noch Pokémon spielen. Tschüss. Also, naja. Da ist Stress und Streit schon wieder vorprogrammiert. Also sonst war es das eigentlich mit den Dezember-News. Meine Highlights, wie gesagt. Viridium, Hanten, Bam. Dann Mega, Fianondo und der Weihnachts-Raid Day. Um sich die Köpfe einzuschlagen. Bin auf die Top-Rades gespannt. Und alles andere wird ja nach und nach noch angekündigt. Im Detail, welches Event was beinhaltet. Was sind eure Ziele? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Ciao.